Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du, wie der Jan Schäfer, wissen möchtest, wie man denn jetzt seinen Tiger-Deals-Account löschen kann, dann bist du hier bei dem Video genau richtig. Nach dem Intro geht es auf meinen Laptop weiter. Also erstmal jetzt hier willkommen auf meinen Laptop und zwar hat hier unter dem Video der Jan Schäfer einen Kommentar hinterlassen und zwar kannst du eventuell danach ein Video machen, wie man seinen Account bei Tiger-Deals löscht. Ich finde da leider nicht zu und danke für deine Videos. Ja, 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 erstmal, ja, naja, wir machen die Videos für euch und es freut uns natürlich, dass er auch mal einer Danke sagt und normalerweise würde man ja denken, man kann hier unter Einstellungen bei Tiger-Deals einfach seinen Account löschen. Dem ist aber nicht so. Und zwar habe ich deswegen den Support angeschrieben und zwar, wie ist es theoretisch gesehen möglich, seinen Account bei Tiger-Deals zu löschen. Habe ich hier geschrieben an support at Tiger-Deals. Ne, anders, support at Tiger.Deals. Da schreibt er einfach dann hin. Dein Konto kann ich für dich löschen, jedoch bräuchte ich kurz Bestätigung von dir. Also die Fragen nochmal nach. Und zwar bin ich einfach, um nochmal sicher zu gehen, habe ich nochmal die Frage gestellt, ob man einfach so seinen Account löschen kann, indem man hier den Support schreibt und schon eine Antwort bekommen, ja, so funktioniert das. Das ging auch recht zügig. Ich habe am Mittwoch geschrieben, habe am Donnerstag eine Antwort bekommen, Donnerstag zurückgeschrieben und am Freitag habe ich auch schon wieder die Antwort bekommen. Ja, so einfach ist es. Einfach den Support anschreiben. Support at Tiger.Deals. Eine E-Mail hinschreiben, ja, ich möchte jetzt hier meinen Account bei Tiger-Deals löschen und schon übernehmen die das für euch. Also voll easy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das tatsächlich so ist, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn das tatsächlich nicht so ist, gebt uns einen Daumen hoch. Und naja, ihr wisst ganz genau, was das Wichtigste ist im Leben, nämlich diesen Kanal zu abonnieren. Denn, wenn ihr es nicht macht, dann verpasst ihr viele wichtige Informationen zum Thema Geld verdienen, Geld sparen und viele Tests, die wir machen, von denen ihr nur lernen könnt. Also, dieser Kanal ist sehr bereichernd. Also abonnieren, Leute. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne, warme Tage. Ciao. Bis demnächst.